Das Geheimnis des Fleischers. Hallo, ich bin Walden und von Beruf bin ich Fleischer. Ich erzähle euch, was mein Geheimrezept ist, welches mein Fleisch so zart und schmackhaft macht. Aber zuerst erzähle ich euch, wie die Prozedur aussieht für ein namentliches Geheimrezept. Schritt 1 Einige saubere Messer und Kreissägen nehmen und sie mehrmals sterilisieren. Schritt 2 In ein Waisenhaus gehen und so viele 2-3 Jahre alte Kinder adoptieren, wie du bekommen kannst. Vielleicht musst du mehrere Waisenhäuser aufsuchen. Schritt 3 Die Kinder an ein Chirurgenbett fesseln und sie mit Drogen vollpumpen, bis sie schlafen und dann ihre Organe chirurgisch entfernen. Schritt 4 Die Organe nehmen, kleinschneiden, würzen mit diversen Gewürzen, dann Schweineorgane dazugeben, 30 Minuten kochen lassen und dann nochmal 30 Minuten backen lassen. Und der letzte und wichtigste Schritt ist, du musst dieselbe Prozedur mit einer Frau durchführen, welche du zuvor in einer Bar abgeschleppt hast. Das war mein Geheimrezept. Ich hoffe, es schmeckt euch.